gut so starten wir mal. wir sind heute hier und machen einen kleinen in diesem wunderschönen wetter elektro day. so ich habe mich sozusagen auf meinen elektroroller hier geschwungen und bin hier mal um die ecke zum paragliding gefahren mit meinem cross alps hier. ja ich habe jetzt gerade schon einen flug gemacht und das war ziemlich ultra geil und jetzt denke ich mal ich nehme euch einfach mal mit und 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 Musik Musik So, das finde ich am Pia. Man kann dieses Mal die Motorgondel hinter dran, dieser Motorfinger abmachen. Und dann passt unser grüster Freund hier jeden jahrkündige Pia. Und dann kann man den Schirm überall mitnehmen. Wunderbar. Musik 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 Musik